Hallo und herzlich Willkommen zum Industry Reformer Summit hier in Berlin. Wir müssen reden. Wir müssen reden über Perspektiven und die nötige Transformation unserer Industrie. Sie können es sich nicht mehr leisten, kein Klimaziel zu haben, wenn vier aus fünf Menschen weltweit mehr Klimaschutz fordern. Wenn die Stahlindustrie ein Land wäre, dann wäre sie der drittgrößte Emittent von CO2. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren lernen müssen, wirklich die größte Herausforderung von Anfang an, die Daten verfügbar zu machen. Wir haben alles in Deutschland, was wir brauchen, aber wir müssen schneller werden. Wir müssen uns die Kälte zu kurzen, entsprechen wir auf die Kälte zu kurzen und die Kälte zu kurzen. Wir müssen wiederholen an und mit den Kälte zu kurzen, von Anfang an und mit den Kälte zu kurzen gehen und schüchten auf die Kälte zu kurzen. Was we in die Kälte zu kurzen? Wir müssen die Kälte mit der Sitzung auf SM67 in Berlin beantrehen. Anstatt dass wir uns wirklich einigen und sagen, hey Europa, wir sind stolz darauf, wir haben unsere Stärken, das ist unsere Identität. Es geht darum, dass wir Haltung zeigen, Haltung formulieren und uns an dieser Haltung orientieren und sie weitergeben und dann haben wir eine Chance. Dankeschön. Save the date! Name Normal Schrauben Name 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 Vielen Dank.